Tschüss! So, du bist auch weg. Was zum Teufel ist mit dir denn passiert? Was? Nein! Das war merkwürdig. Die ganzen Scheißdinger mach ich auch noch mehr weg. Wenn ihr gut rumlaufen könnt. Auf der anderen Seite ist ein Gebäude. Seht ihr das? Es wäre so einfach frei zu sein. Ich bin doch frei! Ja, ich würde sagen wir schauen uns jetzt mal hier ein bisschen um. Ihr habt keine Ahnung was da genau passiert ist. Aber wir können uns hier umschauen. Kasse, danke Auto. Oh, legendär. Oh ja, das gefällt mir. Oh Gott! Das Auto! Es geht in die Luft. Warum? Ich war doch schon so weit weg! Nein! Nein! Diese Scheiß-Hitbox! Diese Hitbox! Alter, ich dreh durch! Oh! Dude! Okay. Äh, wir benutzen das mit den Quick-Tot-Marie. Ha! Das ist das Ding in die Luft gegangen. Oh! So mal... Könnt ihr das was... Das Fahrzeug! Es ist schon wieder in die Luft gegangen. Ich dachte, das war schon in die Luft gegangen. Und ich dachte, ich bin Sicherheit. Das hätte auch böse enden können.